Hallo und herzlich willkommen zurück zu Captive Minecraft. Ich habe mal einen kleinen Zaun gebaut und wir können jetzt mal wieder Richtung nach unten gehen und gucken, wie wir dann noch alles verprügeln gehen können. Das lasse ich mal hier. Ich habe eine Eisenspitzhacke, ich habe Melonen, da kam gerade eine Melone raus, für Snacks zwischendurch. Das Bone Me kann aber hier bleiben. Ansonsten nehme ich vielleicht mal das noch mit. Zur Sicherheit, ich habe noch eine zweite Kuh gemacht und die ist immer gebreedet. Das heißt, wir kriegen jetzt Kühe und sobald sie groß ist, können wir quasi eine Kuh auf die Schlachtbank führen. Die arme Kuh. So, okay. Müssen, aber stimmt, Fackeln. Ich habe keine Fackeln. Upsala. Ohne Fackeln geht hier gar nichts. Ja, ich bin gerade dabei, hier so einen einfachen Weg runter zu machen. Ich glaube, das Leiter ist ein bisschen einfacher, als ständig dieses Rumgehopse hier. Das ist ein bisschen nervig, ja. Fackeln. Ähm, habe ich noch Kohle? Ich habe so Kohle. Die Multicola ist für nichts anderes, ne? So, vielleicht Kohleblöcke? Müssen wir mal ganz kurz gucken. Wir stellen runter. Stained Clay, ganz viel Stained Clay. Das ist nur Gold, Emerald und Diamant. Okay. Du bist... Braun. Gott. Guti, guti, guti. So. Okay, dann leuchten wir weiter aus. In der Hoffnung, äh... Die Monster loszuwerden. Sein ist mega unterkommen hier, aber... Er wird. Ups. Spinnen. Dingens. Äh... Okay, ähm... Oh, hallo. Ha, ha, ha. Oh, kacke. Die müssen sich gegnern nicht ohne, das ist gut für mich. So. Sehr gut. Damit kann ich arbeiten. Eins geht es down. Das ist nämlich eine Kiste. Du noch, mein Freund? Hm. Naja, es trifft mich irgendwie nicht. Gut. Au. Dann halt nicht. Komm her. Spacko. Haha. Warte. Hast du gedacht? So, direkt mal hier fett ausleuchten überall. Ich höre nämlich gerade nichts. Das ist gut, denke ich. Schön aufpassen. Aha. Schneller. Danke. So, ausleuchten. Tja, viel geht ja hier nicht. Da ist noch ein Creeper. Oh Gott, das sind ganz viel Viecher. Vor allem ganz viel Creeper. Äh, ja. Der steckt irgendwie in der Wand. Da unten. Da ist, war, war eine Kiste? Shit. Hat er jetzt kaputt gebombt? Ich hab kein Leben mehr. Ich hab kein Leben mehr. Oh shit. Ähm. Okay. Das war blöd. Flüssig. Danke. Okay, ähm. Licht. Spinnenauge. Aber ach, die Kiste war leer. Die hab ich mir schon gelootet von einer Runde drunter. Okay. Haben wir noch irgendwo zufällig Clay? Nee, nur irgendwie ganz viel Kohle. Aber die können wir mal mitnehmen. So. Okay, wir haben ein bisschen aufgeräumt. Immerhin. Es ist trotzdem mega dunkel hierbei. Gefühlt. Okay. Ausleuchten. Da ist mehr Eisen. Hier hab ich sie noch reingehauen. Nicht so gut. So, soweit. So gut alles eigentlich. Ausgeleuchtet. So gut es eben geht. So, hier. Geht's weiter irgendwie. Oh. Da ist Zuckerrohr. Okay. Da ist Zuckerrohr. Oh, da ist ein Fackel. Okay, ähm. Du bist Clay. Aber du bist noch zu weit weg. Gut. Der ist auch weg. Ähm. Licht. So, wir räumen hier fett auf. Das ist gut. Hier ist mein Clay. Jawoll. So, ist die Frage. Ist das schon genug für den nächsten Monolithen? Von den Lüten? Monolithen? Vier. 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 Wie viel hab ich oben? Ich glaub, oben hab ich nur drei. Oh. Ist. Müssen wir noch mehr finden. Gut. Ähm. Können wir mal hier kurzfristig so einen kleinen Schutz bauen? Müssen wir mal hier. Und. Ach ja, den kann ich ja nicht bauen. So. Aber so. Sollte das gehen? Nein, theoretisch. Okay, und noch hier so ein Fäckelchen. 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 Okay, also. Der Keller ist schon mal gut aufgeräumt inzwischen. Gott sei Dank. Okay. So, die Frage ist jetzt. Ähm. Ich glaube, wir müssen erst mal auf die Kühe warten. Dann können wir uns nämlich oben. Äh, unten. In dem Spawner. Auch mal. Die Kiste holen. Hier ist noch Kohle. Massenweise Kohle. Das ist gut. War ich hier schon? Oh, hier. Licht. Da komme ich noch nicht hin, leider. So. Okidoki, doch. Sehr schön. Ein Kohle-Paradies. Yay. Gut. Gut, 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 gut. Okay. Ähm. Du bist die right. Okay. An die kommen wir halt nicht ran. Noch nicht. Weil wir, ne? Ja. Können wir die auch schon wieder mitnehmen nach oben. Damit wir nicht verwirrt sind. Welche Kiste nur gelootet ist und welche nicht. So, hier ist auch alles Achieved. Da vorne ist noch eine Kiste. So, also. Ist ganz viel Dirt. Ähm. Hier war Clay, ne? Ja. Wo könnte es noch Clay geben? Du da bist auch Clay. Ja, hier ist noch Clay. Wunderbar. Wir haben den nächsten Monolithen fertig. So gut wie. Also, theoretisch. Yeah. Jetzt müssen wir Lapislazuli finden. Für den dritten Monolithen. Und dann. Schon mal. Gar nicht mal so schlecht, wa? So, ab nach oben. Mhm. Monolithenarbeit vollführen. Oder ist das kein Monolithen? Das ist Monument, wa? Monument. Monumentarbeit. Monumentarbeit. Und wie geht es meinen Kühen dabei? Oh, du Creeper. Nein? Gott. Essen. Hallo? Schaut's aus? Nee, die wachsen immer noch. So, gut. Was hab ich gesagt? Stained Clay. Stained Clay. Oh. Sehr gut. So. Stained Clay. Okay. Äh, Essenszeugs. Melonen behalte ich. Das kann hier rein. Das auch. Nicht das jenes. Die Pfeile jetzt nicht unbedingt. Das auch nicht unbedingt. Aber das. So, das kommt hier rein. Melonen zurück. Ähm. Goldnuggets haben wir jetzt schon eine ganze Menge eigentlich. Und wieder eine Menge Holz für vielleicht den Rest des Zauns. Ich bin so... Ah, wir können jetzt mal versuchen zu angeln, oder? Ob ich den noch kaputthau hier. Kann ich nicht. Verdammt. Mist. Äh, gut. Aber angeln können wir trotzdem probieren. Einmal... Angel. Und... Die gelbe Farbe. Bestimmt, weiß könnten wir auch machen, wa? Ja. Den hab ich noch. Zwei. Perfekt. Wo bist du? Da bist du. Hallo. Du lüg. Bada boom. Was gibt es? Schafe. Ich hab's schon gehört. Es gibt Schafe. Hallo. Hier machen wir erstmal dicht. Ein Schaf. Und was noch? Spectral Arrows. Ein Ocelot. Ein Ocelot. Wir brauchen Fisch. Definitiv. Brauchen wir Fisch. Ähm. Ihr kann zum Glück nicht abhauen. Ich hab's ja auch mal dicht gemacht. Hat mal... Stopp, halt. Wir müssen auch noch hier dicht machen, damit hier niemand jetzt nochmal abhauen kann. Ähm. Schäfchen, kommst du? Schaf? Sorry. Hallo. Kommst du? Jetzt. Hallo. Schaf? Ja. Ja. Nein. Ja. Nein. Hallo. Ja. Komm. Komm. Komm rein. Komm. Komm rein. Komm rein. Uh. Lecker. Gelbes Schaf. Gelbe Wolle. Okay. Soll mir recht sein? Ich nehme trotzdem Fisch. Stimmt, rote... Nein, 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 nein. Aufhören. Was soll das? Komm zurück. Jetzt komm. Komm her. Kommt alle her. Ab in diese Ecke. Danke. Deswegen war ich hier. Gib mir deine gelbe Wolle. Danke. Zwei Stück. So, wir brauchen jetzt Fisch. Fisch ist dringend needed. Bist du im Wasser? Nein, ich glaube nicht. Hey! Oh, dieses Autojumpen ist, äh, doch tricky. Jetzt soll ich das Ding mal umbauen, kurzfristig. Zum Beispiel Ingenboden. So, zack. Äh, Angel. So, okay. 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 Bist du jetzt im Wasser oder nicht? Ach, das ist bescheuerte Dinge. Ich verstehe das nicht. Warum ist es denn nicht im Wasser? Es ist doch im Wasser. Nice. Oh, ein versaubertes Buch. Okay. Gut, dann können wir auch von hier fischen, oder? Okay. Ich habe irgendwo einen Creeper gehört, das Problem. Nur ein Fisch. Einen kleinen Fisch. Yes. Oder einen zweiten Fisch. Das ist echt von Minecraft jetzt mit dem Fisch-Zeugs. Geil-o-mate-Kuh. Kitty-Katze! Woo! Hallo, Kitty-Katze. Na, wie geht es dir? Alles fein bei dir? Ja, ne? Jo. Ja, meine Katze. Eine wunderhübsche Katze und ich kriege noch einen wunderhübschen Fisch zu essen. Ja. Ähm. Wenn ich denn wüsste... Okay. Wir haben das Holz. Miau. Ein Kitty-Kätzchen. Schön. Wir haben mehr Abstand. Ähm... Kiste ist noch nicht drin, oder? Nein. Aber dafür unten sollte irgendwo was drin sein, definitiv. Ähm... So, hier kann ich jetzt nichts mehr abhauen. Das ist jetzt wieder weg. Au. Kann ich drauf aufschlagen? Das tut weh. Okay. Kiste? Nein. Du Kiste? Auch nicht. Nächste ist also entscheidend für zwei Kisten. Und... Und... Irgendwo war noch Play zu holen. Es ist zum Glück sehr, sehr ruhig geworden hier. Ich komme da noch nicht dran. Das gibt es nicht. Verdammt. Aber das Eisen... Ne, da komme ich auch nicht ran. Okay. Ähm... Aber ich glaube, in die Kiste oben komme ich ran, oder? Ich bin mir nicht so sicher. Äh, von wo... Ah, hier ist Clay. Hier ist noch Clay! Oh mein Gott, den habe ich gar nicht gesehen. Sechs Clay. Ähm... Ich brauche eh erst noch Farbe. Aha. So. Weiter runter. Hopp. Hier ist ein bisschen eich dunkel. So. Okay, hopp. Da komme ich immer noch nicht ran. Verdammt. Ein Achievement noch. Dann haben wir das geschafft. Schaut's hier aus. Okay, soweit. Hier hinten... Ach, der Clay ist auch noch nicht wieder da. Verdammt. Ein Achievement. Einmal muss die Kuh erwachsen werden. Dann kriegen wir sogar direkt zwei Achievements. Okay. Ach, warte mal. Welche Höhe sind wir hier eigentlich? Äh, F3. Ähm. Was sind wir denn? Höhe? Oh kacke, echt? Die sind so hoch. Höhe 178. Alter Schwede, das ist ja gigantisch hoch. Krass. Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das heißt, wir müssen noch eine ganze Menge nach unten buddeln, bis wir mal irgendwo ankommen, wo es Gold und Co. gibt. Das ist hart. Das ist hart. Aber gut. So ist es halt. Dann machen wir das auch. Ist ja alles ausgeleuchtet, so gut es geht. Ah, mehr oder weniger. Äh, ja. Ich bräuchte eine neue Spitzhacke. Okay. Dann finden wir bestimmt auch noch ein paar mehr Kisten und so Späße. Und Clay. Gut, wir packen uns, äh, bepacken uns mal mit Spitzhacken, damit wir auf Erkundung zugehen können und die restlichen 170 Blöcke hier runterbuddeln. Ach, herrje. 178, das ist eine krasse Zahl. Und wir hoffen mal, dass die blöde Kuh jetzt endlich mal erwachsen geworden ist. Das wäre sehr schön. Dann können wir nämlich ein bisschen weiter gucken. Hier, hopp, hopp, hopp. Oh nein, es schneit. Seid ihr erwachsen? Ihr seid erwachsen. Sehr schön. So. Dann bräuchte ich bitte mal Bone Meal. Oh was? Kein Seed? Das ist unfair. Okay. Äh, ja. So, einmal Couchripper. Oh, ich... Oh, ich... Ah, Entschuldigung. Kein Leder. Kein Leder. Sheet. Okay, dann vielleicht... Liebet euch. Mehret euch. Habe ich die? Habe ich die? Habe ich. Äh, wie viel? Eins, zwei, drei Erwachsene. Gut. Das ist wirklich kacke, dass wir jetzt auf so viele Kühe auf einmal einhauen. Mit dem String. Kann ich? Ich kann doch bestimmt mit der Axt, oder? Mit der mache ich nur... Also, weniger Reichweite, oder? Ja, ich glaube schon. Tut mir leid, Couch. Yes. Nice. Und... Äh, ja, okay. Gebreedet habe ich jetzt gerade erst, aber... Jetzt haben wir eine... Haben wir jetzt eine Kiste? Immer noch nicht. Oh, lass mich hoch. Okay. Nope. Aber dafür unten Clay und Kiste. Auch keine Farbe. Auch keine Farbe, verdammt. Ähm. Okay. Das noch weg. Power 4, Smite 4 und Lurt 2. Alter Vater. Das ist hart. Das ist... Wow. Nicht schlecht erspricht. Wow. Das brauche ich noch. So. Okay. Ähm. Meine Güte. Erst Blue's Wood. Und Kapitän habe ich dabei. Für mehr Spitzhacken... ...brauchen auch noch mehr... ...Fackeln. Kohle. Kohle, 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 Kohle. So. Vielleicht, ups, ein Crafting-Table jetzt mal mitnehmen. Ja, die Kätzchen ist okay. So, Crafting-Tisch mitnehmen. Und wichtige Dinge bitte hier lassen. Wie das und das und das. So. Ähm. Wobei. Ähm. Bone Meal. Ich würde gerne noch warten, bis ich die Kühe vermehrt habe. Einfach, damit... ...ich noch ein bisschen mehr Platz habe. So. Etchneid. Weg da. So, Freunde. Noch nicht? Gut. Dann müssen wir noch ein bisschen warten. Alles halb so wild. Sind nämlich im Ende der Folge angekommen. Heißt... Momm, momm. Danke. Ähm. Das will ich in der nächsten Folge weitermachen mit... Erstmal Kühe breeden. Nächstes Achievement quasi. Und dann ab in den Untergrund gehen und ein bisschen buddeln. Wird sowieso noch witzig. Und ja. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Untertitelung des ZDF, 2020